Ich möchte einfach hier nicht hin. Oder ist das eine Insel? Nee, oder? Da ist eine ganz kleine Insel. Eine klicz-kleine Insel. Hm, nee, da möchte ich... Ich möchte hier nicht sein. Ich fahre einfach mal gerade aus. Einfach Kräuter ausfahren. Habt ihr das auch einfach mal? Einfach mal irgendwo einsteigen, wegfahren, alles hinter sich lassen. Die Probleme da sein lassen, wo die Probleme sind. Sollen sie doch da vergammeln von mir aus. Und dann einfach mal weg. Das wäre schön. Einfach mal irgendwo hin, mal komplett neu anfangen. Wie bei Minecraft. Ja, das kennt ihr sicherlich auch, oder? Mensch, kommt ja jetzt gar nichts mehr. Geht's ja nur gerade aus. Meine Güte, das ist ja... Die Weltmeere sind das ja hier. Da muss doch irgendwo Land sein. Ah, hier. Land. Was ist das? Die Insel. Na toll. Eine Insel. Das geht's bestimmt irgendwo rein. Ja, ein bisschen, ein bisschen trostlos hier alles, würde ich sagen. Soll ich jetzt weiter gerade ausfahren? Ich weiß nicht. Hier kommt ja gar nichts. Also so rein, gar nichts. Was ist das denn für eine Map? Kann nicht sein, dass ich wieder rückwärts fahre. Ein bisschen Kräuter auswärts, wenn ich schlecht so zum Beispiel, genau. Ich meine, gut, von mir aus könnte es jetzt auch Nacht werden. Jetzt sind wir ja sowieso offen mehr, dann kann uns ja an nichts weiter angreifen. Das wäre auch eine Variante. Oh, wieder was. Bestimmt nur eine Insel. Ja, toll. Ganz, ganz toll. Ja, die Sonne geht bald unter. Das ist doch kacke. Ich meine, selbst mit so einer kleinen Insel kann man nichts anfangen. Und klar, jetzt so als Feinense, dass man sich jetzt ein Haus, einen kleinen Garten oder einen Leuchtturm drauf baut oder eine Windmühle oder ähnliches. Das mag ja noch ganz schick sein, aber für die Dauer ist das doch nichts. Oder wie seht ihr das? Könntet ihr euch das vorstellen, so auf einer Insel zu leben? Nur ihr, ganz alleine? Wie hier bei Minecraft? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, für mich wäre das nichts. Kommt hier was? Nee, ne? Mann, was ist das denn noch für eine Map? Wieder eine Insel. Oder? Ja. Sieht so aus. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, hier ist eine etwas größere Insel. Aber die bringen uns auch nichts. Die ist auch viel zu klein. Vor allem hier sind auch keine Bäume. Ich meine, äh... Pfff. Wir haben auch nicht mal einen einzigen Setzling. Also, wir könnten nicht mal einen Baum anpflanzen. Was ist das? Eine Insel? Ja, toll. Also, wir könnten auch nicht mal einen Baum anpflanzen, damit wir überhaupt an Holz rankommen. Also, das würde selbst da gar nichts bringen. Gar nichts. Das ist schon... Oh, jetzt geht der Mond auf. Toll. Ich hoffe, wir überleben die erste Nacht. Mann, Mann, Mann. Wäre ich doch mal nur in diesem ersten Biotop... ...einfach mal zurückgelaufen. Ist auch nur eine Insel. Ganz klasse. Ach, wer kommt denn da? E.T. Ja, der wird uns jetzt auf unserer Reise folgen. In die Meere. Wollen wir einfach mal zum Mond drauf zu schwimmen. Hinter uns ist auch nichts, oder? Oh, ist das schön. Oh. Auf in die Nacht. Ein paar Fledermäuse wären ja cool. Ein wunderschönes Sexturmpaket. Ich mag das. Die Wolken finde ich schön. Die Sterne sind, ja, doch recht realistisch dargestellt. Was ist das? Nichts fehlen. Aber bestimmt bloß eine Insel. Ja. Toll. Was ist das denn? Das Pilze? Was soll das sein? Ist ja... Oh. Oh. Okay. Okay. Also... Das kenne ich jetzt auch nicht. Die kleine Milka-Kuh mit Pilzen. Ist das verrückt? Ne, das habe ich ja nun auch noch nicht gesehen. Sind die eigentlich auch ganz normal... Da hinten geht es weiter. Ja. Ganz normal Zombies oder... Äh... Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst... Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass ich gleich abgeschossen werde. Das ist verrückt. Pilze. Also ich weiß ja, dass diese gibt's. Aber ich habe noch nie. Und das ist jetzt echt kein Scheiß. Ich habe die noch nie gesehen. Dann bin ich ja auch noch nie gesehen. Ich habe alle... Das kenne ich noch nicht gesehen. Das kenne ich auch noch nicht. Und das ist jetzt... Ich habe das Knie enthalten.